Das wird ja immer schlimmer bei denen. Schon wieder jemand, der mit Isabel Mariam spricht mit Jesus. Schon wieder jemand mit Blasphemie. Was ist denn das? Er hat mir das gezeigt. Ich wiederhole es gerade mal durch, weil wir anonym sind. Und sie sagt, ja, es ist so traurig, weil heute der Todestag ihres Mannes ist. Ja, und dann gilt das natürlich auch für dich. Ich bin im Licht, in den Frieden und mir geht es gut. Oh, die typische Aussage. Er ist im Licht, es geht ihm gut. Blasphemie? Schlechthin. Wer ist denn das? Ach, du Schande. Liebe Leute, ich sag's euch nochmal. An meine spirituellen Botschafter, wenn ihr sowas macht, lege ich euch persönlich übers Knie und versohle euch den Hintern. Und das ist doch wichtig. Und das ist doch ein bis das Mal.